hallo und herzlich willkommen zu diesem video ja heute gibt es endlich den part 2 zu tabu themen im reborn hobby part 1 war ja schon sehr sehr krass gewesen und ich glaube da waren auch die krassesten themen letztendlich gewesen aber hier sind auch ein paar sachen bei wo ich sagen muss okay die haben es in sich und ich würde sagen ich wünsche euch ganz ganz viel spaß und nach dem intro legen wir dann direkt mal los ja du bist auch wieder da so und dann starten wir auch direkt mal mit dem ersten punkt und da muss ich gestehen weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig wie die schreiberin das gemeint hatte für sie ist es ein absolutes tabu mit einem reborn baby zum arzt zu gehen ich persönlich finde es ist ein absolutes tabu mit einem reborn baby zum arzt zu gehen weil das reborn baby angeblich krank wäre etwas anderes ist es wenn man das reborn baby letztendlich als begleitung dabei hat wobei ich gestehen muss auch für mich da so eine grenze erreicht ist und ich niemals im traum darauf kommen würde auf diese idee meine reborn babies mitzunehmen zu irgendeinem arztbesuch da ich allerdings selbst auch regelmäßig beim bei ärzten bin ist es so dass tatsächlich ein paar ärzte von mir auch über mein hobby bescheid wissen und sogar auch über diesen youtube kanal bescheid wissen und ich auch ein paar mal schon mit denen so darüber reden konnte aber es ist nicht so dass ich jetzt mich da aufzwinge ganz im gegenteil mir ist das teilweise sogar unangenehm wenn ich dann darauf angesprochen werde das ist mir damals mal passiert von mit einer assistentin ja die mich dann angesprochen hat und ich so okay und das war für mich total unangenehm und dementsprechend würde ich niemals auf die idee kommen ja mit dem reborn baby letztendlich zum arzt zu gehen für mich ist das halt eigentlich auch ein totales tabu letztendlich aber ja ich persönlich finde jeder muss das selbst entscheiden und es demjenigen dann damit besser geht dann ja soll das hat letztendlich machen das nächste thema muss ich gestehen ist auch ein schwieriges thema und zwar in der öffentlichkeit vorgaukeln die reborn babies seien echte babies also ich muss gestehen ich mache es situations abhängig ob ich in der öffentlichkeit jemanden sage dass es ein reborn baby ist oder eben nicht wenn kurz jetzt jemand da ist der in den kinderwagen schaut und oh wie süß noch ganz klein und geht dann weiter dann werde ich ganz sicher nicht dahinter herren und demjenigen sagen naja das ist aber kein echtes baby weil zum einen ist das auch für mich dann eine unangenehme situation weil schließlich ich nicht alleine im laden bin das heißt die ganzen leute würden das ja auch alle mitbekommen die ringsherum sind und zum anderen wäre es auch eine unangenehme situation der person gegenüber die person hat es vielleicht gerade total lieb gemeint und kommt dann in eine situation wo sie erst mal geschockt ist womöglich erst mal selber nicht weiß ja wie sie reagieren soll zusätzlich dann noch vielleicht auch merkt dass das umfeld alles mitbekommen hat und da muss ich ehrlich sagen da bin ich raus also da ist für mich nein das werde würde ich niemals tun etwas anderes ist es tatsächlich wenn das gespräch irgendwie länger dauert und intensiver wird und die person vielleicht schon selber merkt das stimmt was nicht das merkt man ja im gespräch selbst dann würde ich halt auch aufklären da habe ich kein problem mit also da auch stellung zu beziehen aber ansonsten muss ich ehrlich sagen ja ich würde mir auch niemals ein schild umhängen und sagen ja im kinderwagen ist ein rebornbaby drin ich gaukel der öffentlichkeit nichts vor letztendlich ich gehe nur mit meinem rebornbaby raus oder in die stadt oder ähnliches und was die anderen leute über mich denken ist denen ihr problem und nicht meins letztendlich ihr könnt mir ja gerne mal die kommentare schreiben wie ihr so zu diesem thema steht ich persönlich muss ehrlich sagen ich finde dieses thema oder dieses diese aussage ich fand das schon damals irgendwie total schwachsinnig dachte mir soll ich das jetzt mit reinnehmen oder nicht und dann dachte ich mir okay kommt nimmst es jetzt einfach mal rein und sagst jetzt einfach mal deine meinung zu dem ganzen dann der nächste punkt und da bin ich auch wieder voll bei euch und zwar den wickelraum blockieren obwohl echte babys oder kinder es benötigen also ich musste ehrlich gesagt die ganze zeit darüber nachdenken ob ich das jemals in der ganzen zeit gemacht habe das problem ist also wenn man es jetzt streng nehmen will bei uns hier ist der wickelraum gleichzeitig auch die behinderten toilette oder ja die toilette die halt ja groß ist und ja wo man platz drin hat sozusagen und tatsächlich muss ich dann sagen okay dann habe ich es letztendlich auch gemacht wenn man es so streng nehmen will denn ich bin dann beispielsweise auch mal mit meiner mama nach einkaufen eben auf diese toilette gegangen aber da hatte ich nicht immer ein ribbon baby dabei also von daher weiß ich nicht ob das jetzt so zählt aber so einen richtigen wickelraum der explizit nur für mutter und kind ist da muss ich sagen habe ich noch nie ein blockiert oder bin da reingegangen ich habe vielleicht mal geguckt weil ich das mal interessant fand wie das aufgebaut worden ist aber ich bin da noch nie mit dem ribbon baby rein und habe dann dann ein ribbon baby gewickelt oder ähnliches also das habe ich noch nie gemacht muss ich auch ehrlich gestehen in der öffentlichkeit sowas zu machen also ein ribbon baby wickeln oder umziehen muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben also nicht wenn es nicht nötig ist also manchmal ist es ja dann nötig weil dann irgendwas passiert ist und dann die kleidung des babys halt irgendwie verschmutzt ist oder ähnliches das kann schon mal passieren und für solche fälle habe ich auch meistens ersatzkleidung dabei aber so richtig bewusst das baby umziehen oder wickeln ja was denn was ist denn hallo hallo ich drehe hier du die katzen sind alle hier bei mir ich hoffe euch stört das hier nicht also so richtig bewussten baby ein ribbon baby in der öffentlichkeit wickeln oder umziehen das kommt für mich nicht in frage ja und deswegen bin ich da auch bei euch dass gerade solche räume halt bewusst auch für mutter und kind gelassen werden sollen und man diese halt nicht unnötig blockieren sollte so der nächste punkt ist auch wieder ein punkt wo ich sagen muss schwierig und zwar einen kompletten alltag rund um die reborn babies ich sag ja auch immer ich integriere meine reborn babies in meinen alltag aber meine reborn babies sind nicht mein alltag also ich persönlich finde es ultra schön meine reborn babies in meinen alltag zu integrieren ich liebe es halt auch für euch vlogs zu drehen wo ich halt alltagsszenen mit den reborn babies verbinde wo ich halt auch rollenspiele letztendlich mache das ist auch so ein thema gerade thema rollenspiele manche finden es gut manche finden es eben nicht gut ich liebe es ich liebe es einfach euch die vlogs so echt wie möglich zu gestalten und dazu gehören einfach auch mal rollenspiele dazu gehört einfach auch mal dass beispielsweise luca mal aus dem kindergarten zu hause ist weil er krank ist oder dass luca blödsinn gemacht hat oder dass irgendwie was anderes letztendlich passiert das sind teilweise auch sachen die dann spontan an dem tag letztendlich sich ergeben und auf die ich dann letztendlich auch eingehe aber wie gesagt ich würde niemals auf die idee kommen meine reborn babies im kompletten lebensmittelpunkt zu stellen so und der letzte punkt ist auch noch mal ein sehr schwieriger punkt und da muss ich sagen bin ich wieder voll bei euch ein absolutes tabu reborn babies mit fehlbildungen also amputationen down syndrom oder siamesische zwillinge sowas gibt es ja leider tatsächlich auch und ich sage bewusste leider weil für mich das absolut nichts ist und ich finde es schon schlimm genug dass es in der realität personen und menschen und auch kinder gibt die eben an sowas letztendlich leiden müssen und wir haben im bekanntenkreis tatsächlich auch einige auch kinder mit behinderungen mit down syndrom viele wissen das gar nicht dass auch mein onkel also der bruder meiner mama zu 100 prozent behindert war und wir den bis zum tod hier bei uns gepflegt haben und ich glaube das ist so der punkt weshalb ich da sehr behaftet bin weil ich weiß was für ein leid das letztendlich verursacht und für mich hat das einfach in dem reborn hobby nichts zu suchen ich persönlich finde das hobby an sich und das hat mich auch damals tatsächlich so ein bisschen dazu gebracht dieses hobby auch anzufangen ist so eine schöne kleine heile welt man kann selbst für sich entscheiden was man in seiner kleinen heilen welt haben möchte ich kann eventuell noch nachvollziehen und verstehen wenn jemand da ist der selbst ein kind hat mit down syndrom und jetzt sagt er möchte gerne ein reborn baby haben was halt dem kind ähnelt da kann ich es eventuell noch verstehen aber so richtig bewusst sich dafür zu entscheiden finde ich schwierig und für mich persönlich kommt sowas absolut nicht in frage und deswegen bin ich da auch voll bei denen die sagen dass das für sie auch ein absolutes tabu ist soviel jetzt zu diesem video das war es jetzt auch das waren die restlichen punkte auf meiner liste ich hoffe euch hat dieses video natürlich auch wieder gefallen schreibt mir gerne in die kommentare auch eure meinungen zu gewissen themen das würde mich mal interessieren und dann würde ich sagen verabschiede ich mich jetzt hier wieder aus diesem video ich wünsche euch einen schönen tag oder abend je nachdem wann ihr das video gesehen habt und dann sehen wir uns ganz ganz bald wieder